Kapitel 12 Teil 2 von 2 Der Erbe von Slytherin wird entdeckt Er ist ein Idiot. Fast hätte ich vor Schreck eine Stufe übersehen, doch ich fing mich rechtzeitig am Gelände ab. Ich flüchtete schnell in den zweiten Stock und versuchte zu ignorieren, dass mir das Herz bis zum Hals schlug. Er ist ein Idiot, dass er dich nicht sieht und wahrnimmt, halte Toms Stimme geisterhaft in meinem Kopf. Wag es nicht so, von ihm zu reden, zischte ich und ballte die Fäuste. Er ist ein viel besserer Mensch, als du es jemals sein wirst. Die Luft neben mir flackerte und ich war augenblicklich nicht mehr allein in dem Gang. Dennoch blieb ich nicht stehen und beirrt ging ich weiter. Die Augen gerade ausgerichtet. Und was hat dieser feine Junge je für dich getan? Tom hielt mührlos mit mir Schritt. Ich würdigte ihn keines Blickes. Er ist anständig und freundlich und gütig, erwiderte ich stur. Das sind sehr gute Tugenden, dennoch sieht er durch dich hindurch, schenkt dir keinen einzigen Gedanken und du hängst an ihm, als hätte er dir die Welt versprochen, sagte Tom spöttisch. Abrupt blieb ich stehen, er im selben Moment, als hätte er es vorausgesehen. Was willst du von mir, Tom? Ich will dir klar machen, dass Harry Potter dich niemals lieben wird, antwortete er direkt und seine Worte waren wie Eisspitzen, die sich in mein Herz bohrten. Trotzdem verzog ich keine Miene. Was willst du wirklich? fragte ich unbeirrt. Das, was ich die ganze Zeit schon von dir wollte, deine Freundschaft. Ich schüttelte den Kopf. Nein, du willst, dass ich deine Sklavin bin. Ich wandte mich ab und wollte davon gehen, doch er packte mein Handgelenk und hielt mich zurück. Seine Haut war eiskalt und die Berührung ließ mich erzittern. Ich begriff nicht, warum ich das früher nie bemerkt hatte. Hatte ich mich so sehr von seinem makellosen Aussehen und seinem Charme blenden lassen? Genie, ich war von Anfang an ehrlich zu dir. Ich war dir ein guter Freund, wenn immer du mich gebraucht hast. Ich würde alles für dich tun, sagte er mit leiser und eindringlicher Stimme, während seine Augen mich tief in ihren Bein zogen. Wieso also ist es für dich unverständlich, dass ich ein paar kleine Dienste von dir fordere? Für eine kurze Sekunde fehlte mir der Atem. Meine Brust war wie zugeschnürt, doch dann stieg wieder das Bild von dem um sein Leben schreiender Hahn vor meinen Augen auf. Das Gefühl, beherrscht zu werden, erfüllte mein Denken. Du bist ein Mörder, rief ich und riss mich los. Es ist so unfassbar falsch, was du tust, und ich werde da nicht mitmachen. Ich rannte los, darauf bedacht, so schnell wie möglich von ihm vorzukommen. Ich schlitterte auf die nächste Ecke zu, doch da trat Tom plötzlich aus dem Schatten vor mir hervor. Blitzschnell machte ich kehrt und rannte in einen Nebeneingang. Doch auch hier kam ich nur ein paar Meter weit. Tom stand bereits wieder vor mir. Ich wibbelte herum. Aus allen Ecken kam er auf mich zu. Zwei, vier, sechs Toms. Es wurden immer mehr. Sie umzingelten mich und lächelten alle in der selben Sekunde furchteinflößend. Du kannst mir nicht entkommen, Jenny, tönte seine Stimme von überall her. Hast du das schon vergessen? Hast du es schon vergessen? Du bist mein Leben und ich deins. Und dann lachten die ganzen Abbilder von Tom. Grauenvoll, schräg und gespenstisch. Ich hielt mir die Ohren zu und schrie, schrie in der Hoffnung, dass mich irgendwer hören würde. Dass mir endlich irgendwer helfen würde. In mir spürte ich das Vergnügen, dass es Tom bereitete, meine Verzweiflung zu sehen. Und dann trang er wieder in mich ein und nahm mir meinen Körper. Für einen kurzen Moment dachte ich daran, mich einfach der Ohnmacht hinzugeben, die mich in die Besinnungslosigkeit ziehen wollte. Doch dann bewog die Angst, was er wohl mit mir und meinem Körper anstellen würde. Deine Geschreie wird irgendjemand auf den Plan gelockt haben, sagte Tom mit meiner Stimme. Aber umso besser, dann geben wir dem Tagespropheten mal wieder etwas zu schreiben und dem alten Dumbledore was zum Grübeln. Tom lachte und verließ den zweiten Stock. Im Nächsten schritt er zielsicher auf das nächste Badezimmer zu. Ich bin immer wieder überrascht, wie stark es dich anscheinend erneut zu diesem Ort zieht, selbst wenn ich die Kontrolle noch gar nicht übernommen habe. Ich trat genau vor eines der Waschbecken und dann verweilte mein, oder besser gesagt Toms Blick, auf meinem Spiegelbild. Er fuhr sich mit meinen Händen durch meine roten Haare. Du weißt gar nicht, wie schön du bist, kleine Ginny, und vor allem, wie schön du noch werden wirst mit den Jahren, sagte Tom schmunzelnd. Hör auf zu lügen, dachte ich schwermütig. Ich lüge nicht, erwiderte Tom nüchtern. Ich lüge sehr viel in meinem Leben, aber warum sollte ich ein Mädchen über ihre Schönheit belügen? Ich mochte schon immer ausgefallene, besondere Dinge. Und du hast rote Haare, Sommersprossen, faszinierende, braune Augen. Wenn du älter bist, wirst du einigen Jungen den Kopf verdrehen. Er sah mein Spiegelbild direkt in die Augen, und in diesem Moment hatte ich das Gefühl, dass er auch genau mich ansah und nicht mein Bildnis. Wenn ich es nicht besser wüsste, begann nicht in den Gedanken, doch verbot es mir, ihn zu Ende zu denken. Was? fragte Tom, doch ich blieb still. Ich durfte nicht vergessen, wer er war und dass er mal wieder die Kontrolle über meinen Körper übernommen hatte. Da ich mir jegliche Gedanken verkniff, beugelte sich Tom über das Waschbecken zu dem Hahn, an dem eine winzige, kaum erkennbare Schlange eingraviert war. Zischende Laute erfüllten die Toilette und abermals öffnete sich ein Schacht vor uns. Schlagartig wurde mir klar, dass ich das schon einmal mit angesehen hatte. Nur hatte ich keinerlei zusammenhängende Erinnerungen daran mehr gehabt. Du bist ein Parselmund! Natürlich. Ist dir das jetzt erst klar geworden? sagte Tom schon fast verächtlich. Tom hatte recht. Wieso viel es mir ist jetzt wie Schuppen von den Augen? Die riesige Schlange konnte nur mit Parsel beherrscht werden. Noch während ich diesen Gedanken weiter nachging, erhob sich die riesige Schlange aus den Rohren und zu unseren Füßen. Erneut stürzten Erinnerungen auf mich ein. Als ich mich an den Angriff von Colin erinnerte, begann ich zu weinen. Ach, hör schon auf mit dem Geflänne, fuhr mich Tom an. Was kümmert dich ein Schlammblüter? Herrlich, Ginny, du solltest die Leute überdenken, mit denen du dich abgibst. Er trat aus der Toilette heraus in den leeren Gang. Ich hörte auf zu weinen, denn nun erfüllte mich Panik. Lass niemanden vorbeigehen, lass niemanden vorbeigehen, oh bitte. Ich wiederholte das Mantra immer und immer wieder, doch dann hörte ich die Stimmen aus einem anderen Korridor. Tom schlich, gefolgt von der Schlange näher heran. Bitte, Tom, lass das, schrie ich. Bitte, tu ihnen nichts. Doch Tom ignorierte mich völlig. Meine Verzweiflung wuchs ins Unermessliche. Ich war nur ein Zuschauer in meinem eigenen Körper. Was konnte ich tun, um das Folgende zu verhindern? Ich denke, dass Dumbledore das alles richtigstellen wird. Machen Sie sich da keine Sorgen, Junge. Er klang es plötzlich aus dem angegrenzten Gang. Haben Sie denn keinerlei Angst, Nick? Erwiderte eine jüngere Stimme. Im nächsten Moment trat Tom um die Ecke. Die Schlange hielt er mit einer bloßen Handbewegung noch verborgen. Vor uns stand ein Junge mit braunen Haaren in einem Havelpuff-Umhang. Vor ihm schwebte einen halben Meter über dem Boden der fast kopflose Nick und blickte uns erstaunt an. Oh, hallo, Miss Weasley. Ich habe sie schon lange nicht mehr gesehen und ich glaube, Mr. Percy Weasley sucht bereits nach ihnen. Nick lächelte und auch der Havelpuff-Junge sah mich durch Nick erleichtert an. Er hatte das Monster sicher befürchtet. Zu dumm, dass er nicht wusste, dass ich das Monster war. Ich spürte, wie Tom lächelte. Junge, was hast du für eine Abstammung? Der Junge schaute verwirrt. Meine Eltern sind Muggel, aber das weiß doch jeder. Wieso fragst du sowas? Tom und somit mein Lächeln wurde breiter. Er hob die Hand und schnippte. Gemächlich glitt die Schlange aus dem Schatten des Nebenganges hervor und richtete ihre gelben Augen auf den Jungen. Vom Grauen gepackt, musste ich mit ansehen, wie der Havelpuff-Junge erschrocken zusammenzuckte und dann mit einem Ruck vor meinen Augen erstarrte und nach hinten fiel. Eine Sekunde herrschte absolute Stille. Dann knissete es in der Luft. Der fast kopflose Nick lief rußschwarz an. Vollkommen schockiert konnte ich nur starren. Ein Geist, der schon tot war. Was war das für eine Macht, die diese Schlange besaß? Du bist ein Ungeheuer? Alles eine Frage der Perspektive, Ginny, erwiderte Tom und klatschte in die Hände. Muggelstämmige, wie ihr sie nennt, sind nichts weiter als Abschaum. Entbündelig sozusagen. Und genau richtig für meinen Plan. Und was diesen Geist angeht... Er beäugte Nick von oben bis unten abschätzig. Eine lächerliche Figur, um die es nicht schade ist. Ich hörte, wie er höhnisch lachte und fühlte mich hundeelend. Tom hielt sich nicht länger mit den beiden Gestalten auf und führte mich wieder zum Badezimmer zurück. Als der Basilisk bemerkte, dass er wieder weggesperrt werden sollte, glitt Tom auf ihn zu und streichelte fast schon liebevoll den schuppigen Kopf. Auf Pasal sprach er mit der Schlange und auch wenn die Laute unheimlich klangen, hatte ich das Gefühl, dass er sehr freundlich und beruhigend zu ihr sprach. Allerdings verstörte mich das noch mehr, dieses Biest tötete Menschen mit einem Blick, und er behandelte es wie einen Schmusekater. Menschen gegenüber verhielt sich Tom jedoch ganz anders. Es war äußerst befremdlich, das mit anzusehen. Als der Basilisk wieder in dem dunklen Schacht verschwunden war, die Waschbecken wieder wie eh und je dastanden, wurde ich endlich wieder zu mir. Doch Tom tat mir noch nicht den Gefallen, ebenfass zu gehen. Er stand vor mir mit gelangweiltem Blick und beobachtete, wie ich so viel Abstand wie möglich zwischen uns brachte. Ich weiß, was dein Plan ist, sagte ich und musste husten, um meine Stimme wiederzufinden. Die Wände der Toilette warfen ein schauderhaftes Echo zurück. Irgendwo tropfte ein undichter Wasserhahn. Tom sah aus wie eh und je, doch er war kein Freund mehr. Er war ein Fremder für mich geworden. Ich konnte nicht vergessen, wie viel Zorn hinter dieser trügerischen Maske lauerte. Du bist der Erbe Slytherins, sagte ich und blickte ihm in die Augen. Du hast ziemlich lange gebraucht, um das herauszufinden. Erwiderte Tom nüchtern. Ich glaube, ich wusste es schon länger, sagte ich leise und schluckte. Aber ich wollte nicht glauben, dass du wirklich dieses Monster bist, dass du ein Nachfahre von dem schlimmsten Gründer... Weiter kam ich nicht, denn er packte mein Kinn. Die andere Hand krallte er in meine Haare. Er zog meinen Kopf zurück und quetschte meinen Mund. Kein Wort konnte ich mir hervorbringen. Du spuckst große Töne, aber eigentlich weißt du gar nichts. Was, wisperte Tom mir zu. Slytherin war ein Visionär, ein Vorreiter der modernen Magie. Er hatte den Mut zu tun, wofür die anderen Gründer zu schwach waren. Oh ja, du verirrst Gryffindor, deinen großen, strahlenden Helden. Denn er war nur ein Blender, ein Dieb. Vollkommen bewegungsfundfähig starrte ich ihm in die Augen und dachte daran, wie sehr ich diesen Jungen einmal gemocht hatte. Von einer zur nächsten Sekunde verschwand der wütende Ausdruck in seinen Augen. Fast schon überrascht er. Fast schon überrascht ließ er mit einem Mal los. Er blieb jedoch dicht vor mir stehen. Was hast du gerade gesagt? Flüsterte er eindringlich. Ich hab nichts gesagt, antwortete ich keuchend. Erneut dachte ich daran, wie es zu Beginn gewesen war. Wie sehr ich Toms Anwesenheit gemocht hatte. Wie sehr ich ihn verehrt hatte. Mich beschlich ein Gemü... Flüsterte er eindringlich. Ich hab nichts gesagt. Antwortete ich keuchend. Erneut dachte ich daran, wie es zu Beginn gewesen war. Wie sehr ich Toms Anwesenheit gemocht hatte. Wie sehr ich ihn verehrt hatte. Mich beschlich ein eigentümlicher Gedanke. Was war, wenn Toms sehen konnte, woran ich dachte? Wenn er meine Gedanken tatsächlich lesen könnte? Toms Blick wurde klarer und dann wieder umso verwirrter. Ja, es stimmte. Die Spannung zwischen uns war nicht mehr aufgeladen von Aggressionen. Es war komplett anders. Angriff! Angriff! Halte es plötzlich jenseits des Badezimmers. Nur für eine Sekunde sah ich über die Schulter zum Gang hin. Als ich zurückblickte, war Tom fort. Als ich zurück trifft. Dann habe ich aus, wenn es jemanden abgültt oder nicht mehr aufgelenbart. Dann habe ich mir das, wie ein paar Meter, wenn es mir einfällt. Ich kann mich jetzt nicht mehr ins Koffeln. Also bin ich langsam an. Dann hab ich mich damit Nolanen. Und dann mache ich was. Aber ich kann mich immer ein paar Minuten. Wenn es mir wiederum, ich habe es mir wieder aufgelgelenkt.